So, Timmy, was wolltest du mir noch mal erzählen? Moment mal, was trinkst du da? Das neue Red Bull mit meiner Lieblingsfarbe, Pink. Okay, denk dran, gleich gibt's Essen. Okidoki. Was hast du gerade gesagt? Okidoki. Jetzt pass mal auf, keiner meiner Söhne sagt jemals Okidoki, haben wir uns da verstanden? Was ist denn so schlimm daran? Nein, Ende der Diskussion. Eigentlich wollte ich dir nur sagen, dass ich jetzt eine Freundin habe. Sag das doch gleich, das freut mich für dich, Sohnemann. Ähm, Papa? Ja, was denn? Ich bin schwul. Ok, denk dran, gleich gibt's Essen.